Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich zeige euch heute ein geiles Mod-Menü für Sons of the Forest. Und zwar greife ich da wieder auf Wii Mod zurück. Ich habe ja da auch schon ein Video drüber gemacht bei Harry Potter bzw. Hogwarts Legacy. Und dort habe ich euch erklärt, wie das so ungefähr funktioniert. Und auch hier kann ich die Mod bzw. das ganze System gerne ans Herz legen. Probiert es mal aus. Das Ganze ist nicht kostenlos, wie ihr jetzt eingeblendet seht. Es kostet 6,99 Euro. Ihr habt aber sehr, sehr viele Vorteile. Und diese 6,99 Euro rentieren sich auf jeden Fall. Was bietet denn Wii Mod für Vorteile? Ich möchte jetzt mal ein bisschen mehr drauf eingehen. Denn ihr könnt euch natürlich mit dem Link unten in der Videobeschreibung euch mal das Ganze angucken. Da wird es auch bei so funktioniert es ganz einfach erklärt. Ihr könnt das einfach durchgehen. Wer schon mal ein Mod-Menü benutzt hat, weiß, dass das Installieren im Spieleordner teilweise einfach echt stressig, nervig, unübersichtlich sein kann. Da ist Wii Mod ganz cool, denn das Programm tut live die Spieldaten bearbeiten. Ich blende euch das mal hier ein. Natürlich hat Wii Mod nicht nur Hogwarts Legacy oder Sons of the Forest, sondern bietet natürlich ganz viele andere Spiele auch an. Es gibt Sons of the Forest, was jetzt zum Beispiel aktualisiert wurde sogar. Hogwarts Legacy, Lunch Lady, The Hunter, alles mögliche GTA 5, was ihr euch nur vorstellen könnt. Natürlich auch den ersten Teil The Forest schon. Und dadurch, dass die Spieldaten live bearbeitet werden, könnt ihr auch einfach, wenn ihr keinen Bock mehr auf das Abo habt, monatlich kündigen. Könnt das Programm löschen und die Daten sind wie unangetastet eigentlich. Unter anderem bietet Wii Mod auch eine Integration mit der Windows-Taste G. Könnt ihr hier immer dieses Hub öffnen. Dort kann man sogar Wii Mod hinzufügen, sodass ihr dort die Mods einfach aktivieren und deaktivieren könnt. Ihr braucht also praktisch nicht mal einen zweiten Monitor. Wer sagt, ja, dieses Hin- und Her-Tappen nervt mich, da kann sich zum Beispiel auch die Handy-App runterladen. Die gibt es auch mit dem Abo dazu. Kann man sich einfach runterladen. Ist echt easy. Dann könnt ihr das einfach nutzen. Mod-Menü ist natürlich jetzt ganz gut für einfache Sachen. Wir können mal mit Windows-Taste G hier einfach mal Wii Mod öffnen. Dort können wir unendlich Gesundheit machen. Ausdauer wäre auch mal ganz gut. Kein Durst, kein Hunger. Wir können aber auch einfach mal durchscrollen. Wenn wir hier mal uns umgucken, wir können überall Bauen aktivieren. Ja, ihr habt dann gar keine Einschränkungen mehr. Oder ihr könnt hier zum Beispiel No Buildings anmachen. Und dann könnt ihr Sachen platzieren und direkt fertig bauen. Ihr habt wirklich viele Möglichkeiten. Ihr könnt ja auch tatsächlich sogar die Entwickler-Konsole aktivieren. Dafür müssen wir einfach andrücken. Keine Datei installieren. Nur das Programm. Und dann könnt ihr die Konsole einfach schon aktivieren. Mit F1. Das ist so krass. Wirklich easy. Ihr könnt dann natürlich hier Load, irgendwelche Spielstände laden. Aber natürlich kann man es auch wieder ausmachen. Natürlich könnt ihr auch Unsichtbarkeit aktivieren. Ihr könnt euch jetzt einfach mal selber davon überzeugen, was es da alles so gibt. Es wird ständig geupdatet. Ja, wenn ihr dieses Abo habt, dann könnt ihr ganz einfach auch dem Entwickler etwas vorschlagen. Ja, ich zeige euch das gerne mal. Das ist hier. Und dort könnt ihr eine Mod vorschlagen. Es gibt auch, möchte ich mal ganz wichtig erwähnen, auch eine kostenlose Version von Wiimod. Aber natürlich habt ihr dadurch Einschränkungen. Denn wenn ihr die kostenlose Version habt, dann ist hier sehr vieles gesperrt. Deswegen klage ich euch gar nicht die kostenlose Alternative vor. Zum Ausprobieren auf jeden Fall lohnt es sich. Probiert es mal aus kostenlos. Wenn ihr seht, dass die ersten Mods funktionieren und ihr denkt euch, yo, ich habe ja noch mehrere Singleplayer-Spiele, die ich echt gerne modden würde, ja. Dann könnt ihr auf jeden Fall euch die 6,99 Euro Variante holen. Hier blende ich euch jetzt natürlich rechts nochmal die ganzen Sachen ein, was ihr damit alles machen könnt. Was ich tatsächlich gerne benutze, ist, wenn ihr einfach mal in euer Inventar geht, ja. Dann haben wir jetzt hier zum Beispiel drei Klebebänder. Wenn wir jetzt Windows-Taste und Tab drücken, dann wählen wir Wiimod einfach aus, ja. Scrollen jetzt einfach mal runter. Und dort seht ihr jetzt die zuletzt gehaltenen Artikelzahl. Die kann man jetzt neu festlegen. Von drei einfach auf, keine Ahnung, was ihr wollt, 50. Davor könnt ihr natürlich noch keine Artikelbegrenzung anmachen. Und dann setzen wir einfach mal auf 50. Wenn wir jetzt wieder rein ins Game gehen, dann sehen wir, haben wir diese 50 Klebebänder. Benutze ich tatsächlich sehr, sehr gerne. So Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch etwas Wiimod ans Herz legen. Ich benutze es sehr gerne und ich kann es auch wirklich nur jedem empfehlen. Auch wenn ich natürlich dafür kein Geld kriege, finde ich es wirklich sehr geil und supporte auch auf jeden Fall, dass es auch wirklich weitergeht, weil eben dieser Spiel-Support und so weiter und so fort alles eben da ist. Wenn dir das Video jetzt gefallen hat und du eine Bewertung da lassen willst oder ein Abo, kannst du es natürlich gerne jetzt unten machen und einen Daumen nach oben. Würde ich mich sehr freuen, Leute. Und dann sieht man sich beim nächsten Mal, Leute. Tschüss!